so schweizer Punkt auf dem Schmiel, ja, mach die Anmodi warte mal kurz Florian jetzt bin ich schütt mich ok, gut, so kurz geht's ja, Gerecha hallo und herzlich willkommen warte nur mal gleich hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minecraft lasst ein Abo und ein Like da und viel Spaß mit dieser Folge dann schaut's auch beim Bodewaschel vorbei, weil den habe ich wahrscheinlich in der Verschreibung verlinkt ja und wir arbeiten hier sehr brav wenn nicht die Zuschauer vielleicht mein schönes Atomkraftwerk sehen da hinten, da ist Atomkraftwerk oder mein Bierbrauerei ja genau, da ist Atomkraftwerk da ist die Bierbrauerei na warte mal, da ist die Bierbar, glaube ich da Bier Feierresistenzbier das ist das Beste weißt du, ich und der Emanuel haben jetzt schon bessere Feierresistenztränke wir haben nämlich Feierresistenz 8 Minuten ich bin jetzt der Tränkebrauer ich mache jetzt tausend so Tränke da haben tschüss tschüss ja aber du ja aber du ich habe die Villager Dings erweitert also haben wir jetzt irgend so einen komischen Typ auch noch da hey David und zwei mein Fahrstuhl ist viel besser als deiner aus den afrogen Grund weil du du brauchst eine halbe Minute bis du ganz Oman bist glück próprio du hast 好啦 kleinen und hier nochmal drei so mehr für müd n im machst du nur wir sind am ende des fahrstuhls angekommen und das sind meine treue bitte sie wird unbedingt den blaues haben aber der florian hat das nicht so gut gemacht und was soll das heißen ich hab da blaus gehen wir sind ja zählstuhl zum florian das ist ein unverschämt und die sogenannte also an die sogenannte jetzt nur sie wollen wir haben gestern und vorgesehen kein folgen gemacht weil die waren einfach nur gemein und mit mir aufnahme machen am zweiten doko wie nur kackelt und am dritten dog das ist er hätte erst hätte ja fast keine zeit gehabt wird wissen warum wer bei uns ihr ob jetzt ja bei uns hat zwar barum grüssen fett die ob ich gleich mal umgeschnitten das hat mich gleich mal gefreut weil ich was umständen darf und was der david der rät zum muss du darfst nicht sagen wo es wohnst nicht dass dann die ganzen zuschauer aus dem zu schien weil die schmerz zu 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 schmerz wenn ja wenn ja wenn man dann wird es ausser geschnitten wer was ist es ist mir es ist oder warum sollte ich so ein wohnen wenn ich so die hohe barbum geschnitten und nun auf dem jahren wird schon zu schmerz zu der party steht bei uns in das ist mir wurscht Ja! Braucht's gar nicht deppert, jetzt käme ich da! Das gehört mir! Ich mach da, was ich will! Du musst ja nicht immer gleich so grandig werden! Ja, nein, wenn da irgendwelche Umweltdussis kämen, dann riss's gleich aus, da erst! Dann ist's aus mit'n Spaß! Nein, ohne Spaß! Florian! Komm mal her! Ich komm schon! So jange hab ich dich guter Tränke machen! Wäder, jetzt verkauft der einfach um 35 ja Glocken, oder? Was hieß'n das für ein ehrenloser... Ich hab' genau noch Glocken! Nein! 35 Smaragde würd, dass wir eine Glocken kriegen, oder? Aber wir hoffen ja, dass er die Literatur der Tierzeug kriegt! Da will ich nicht schau! Ja, alter! Aber wir brauchen Eisen, dass wir mit dem Schweden wieder... Du bist Karotten! Ja! Ja, na, irgendwer hat's mir aus der Kisten geschnurrt! Da führ'n ja irgendwie 20 Stecks da! Wo was? Hallo, ich hatte alle Karotte da! Okay, ja, steck, passt schon! Ich baue schon an, keine Karotten, ja! Genau! Ich weiß nicht, Hobi, was zu vergessen zum Sagen, ich weiß nicht, ich glaub' nicht! Oder Immanuel, müssen wir nur was sagen! Ah, ich hab aber was zu vergessen zum Sagen! Nein, das ist nur meine Hände! Okay, ja, vielleicht! Einfach nur, dass die Folgen länger wird, ja, vielleicht! Ja, vielleicht! Aber, das liegt ja nicht! Aber, das liegt ja nicht! Ah, ja, Bruder! Oe, den kann man so gut mit Eisen-Schweden! Aber Marcuse! Aber, Barschkimm! Barschkimm! Oe, ne, jetzt verkauft der einfach eine Eisen-Oxt mit Glück-Garns, Oe, da! Wieso eine Eisen-Oxt mit Glück-Garns? So, ich nehm' noch mal was von dir, okay? Von mir? Na, vom Flug! Was denn? Oh, das, das, das stärkt die Klavier nicht, das passt für mich! Jetzt ist mir bitte so, wir wo's mir auf einer, auf einer Eisen-Oxt Glück hat, für was das Bitcher ist! Nein, das weiß ich auch nicht! Alter, Emanuel! Emanuel! Was soll das, Emanuel? Kuchen wieder her, alter! Ich bin Kuchen, der war schon vorweg! Naja, aus einem Mal ist er weg! Vorher hast du noch gesagt, oh ja, was für ein schöner Kuchen! Kann ich den essen? Und da fahren wir noch mal los! Wir haben einen neuen Netter! Wir haben einen neuen Netter! Hm, ja, weiß ich ja, da war ich eh schon drinnen! Ja, ich bin am ersten Mal aufgenommen! Ja, du warst ja die drei Wochen nicht da, oder? Wisst, das war richtig dumm eigentlich! Und zwar, gleich am Sporen, war, war lauter Gewarzt! Ja, das ist so, wie der an Abort mitkommt! Warte, komm ich nicht in den Mund, ja! Mhm! Alter, da liegen tausende von Äxten! Ja, die hab wieder viel Kuchen aus, da sind! Ich mach jetzt auch! Ich gib ihm nur ein paar... Oder nimm's Miet und verkab's! Ich bin jetzt nicht gestorben! Weil, weil Immanuel schon so glaub, dass er das nicht mitgenommen hat! Was? Den Kuchen! Warte! Warte! Jetzt habe ich mich zu Sanne getradet! Komm, wer 2.0 gestorben ist! Wer na? Uh, Florian, er hat eine Nux Level! Der ist Level 7000, Alter! Wer denn? Warte! Warte, was hieß denn des, Bitche? Der will an Diamant für Uhrenzmaragd haben erst! Uhren-Diamant für Uhrenzmaragd, Alter! jetzt mehr los und der Sokdansmaragd für ein Diamant oder das war komischer Komiker und der verkaffte Diamant docks mit Effizienz zwar was macht man damit und nicht in die Storen was die Blatt nie schenkt erlos er wird einmal kurz kommen mit irgend an die Nächte in der Pärin zu reden was du sagen ist das nicht auf nein ich mach den nicht mal ja aber du musst es aufsammeln ich brauch viel probieren also nass wirst jetzt hat der Arsch und Diamant wappen also heisst ich ja gekriegt war nichts besser als mehr was dann mal kurz ich google das jetzt einmal geschwinden der verkauft um sie immer zu uns gab oder Diamant spiel zockt mit Effizienz drei glückgans und haltbarkeit 3 was ja ein bisschen wie viel das Maragd hat das immer zwanzig jetzt gerade elektrischer darf man sich das vor dir ausbauen so nicht wenn ich nicht mal er ist so wichtig nebel wenn er dann so gut verbringt doch gleich Nein, ich meine... Äh, was machst du? Oh nein! Ist das einer doch? Ah, ich bin... Hab'n paar Schicksal... Oje, da wird drobten da wieder so ein Blödsinn da... Hallo... Wieso? Ich bin grad fast draufgeheimer... Und zwar... Du kannst, ähm... Mit einem Villager gibt's einen Job... Du kannst verrottetes Fleisch gegen Smaragde ertauschen... Ja, Felix... Okay, weißt du was, da ist halt mich geschwind stumm... Ja, okay... Ja, Manuel, endlich ist der blöde Paschkin weg... Ja... Hast du vielleicht nur so... Was de... Jobs, die die wieder schauen... Einmal Kindern zu... Wie, äh... Wie, äh... Du hast ja keine mehr, oder? Doch, ich tue jetzt die in der Farm der Oma nie mehr benutze... Und du die... Richtig ausquetschen... Ja, wo... Glaubst, wären die dann auch wieder mehr? Ja... Was Oma in der Farm drin... Äh... Äh... Nein... Ja, die, was kriegt dann raus... Null kann ich raus... Null kann ich raus... Ja, einfach nur so... Ich hab's eine Plattform gemacht... Oder daneben... So was ich... Irgendwelche... Ich weiß der jetzt... Zum Beispiel wie so ein... Schmiedetisch... Dass da ein Schmied wird... Mit dem du ich dann Oma drinnen schweben... Guck... 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 Oder mit dem Bogentisch... Hast du vielleicht zufällig... Feierstuhl? Guck... Guck... So ein Feierstuhl, zwei Holz brauchen wir... Oh, mach... Zwei hab ich... Drei hab ich... Schmeiß mal zu, ey... Läserpult... Das ist auch was Gutes... Also... Wo waren sie denn jetzt? Dass mir das Holz noch zwischmeißen? Mh... Das ist schon Holz... Na so... Warte mal... Wie heißt denn das? Irgendwel... Das... Weißt du eh das... Was mir... Nicht das normale... Das was da passt... Sondern weißt du eh... Das geschnipselt... So, ich find's wieder... Na weih... Nixens was... Jetzt... Mal... So... Ich hab jetzt herausgefunden... So... Gut... Du kannst mit einem Braustand... Kannst einen Villager halt sozusagen... Dingsen... Und... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Kannst... Daraus... Enderperlen farmen... Fünf... Smaragde... Eine... Enderperle... Und wer... Pilze... Was hab ich? Pilze... 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 Welchen Pilz brauchst'n? Egal... Nur einen... Nether... Na... Ich hab'n... Na... Den... Den... Mö... Den... Mö... Das Bett, das keiner mag. Jetzt gehen die auch noch schlafen, wie erst. Also, weil es ja schon wurscht ist, ist jetzt noch mal schön gepasst. Ich hab bloß was geschnurrt. Was denn? Bei mir, ich hab nicht was, weiß ich ganz gerne. Ja, willst du das wissen? Mhm, mhm. Das ist mal gut, du Stoffel. Das ist mal gut. Gehen wir gleich in die Farm World. Das Ding ist, ich hab nichts geschnurrt und dann sagt er ihm auch noch, ja, der Freund hat jetzt was geschnurrt, ich schnur mich jetzt von dem auch was. Das ist egal. Ich hab auch nichts geschnurrt. Elektriker, was hast du gesagt? Naja, wie du hast das gesagt. Ich geh jetzt auch gleich in die Farm World. Ich hab noch jetzt einen Nutra. In die Farm World. Ja, in die Farm World. Was ist denn jetzt da los? Ui, David. Ui, lass aus, so schnell. Oh nein. Papput. Ups. Das tut nicht schon großartig, was wir reden. Jetzt kann er wieder... Kann er wieder alles auszuschneiden. Oh. Hey, wie kann man mit so einem depotten Pferd nach oben anschwimmen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt ist es hier, oder was? Na ja, wo? Bist du jetzt mit einem Pferd ins Wasser geritten? Ja. Oh. Oh nein. Und du bist jetzt runtergefallen vom Pferd, gell? Elektriker, bitte. Hümmel, bin gestorben. Oh nein. Weil das... Oh, ich muss da was... Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Äh. Ich hoffe, es geht drauf, Alter. So, lass auszuschneiden. Balsch, Kim und Markus, bitte vor Familie. Ha? Hm, das steht draußen auf meiner Tür. Hallo. Wo ist denn meine Zeit? Wo bist du damals? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht genau, was der David ist. Hümmel, du bist noch. Hümmel, du bist noch gestorben. Nein, ich bin gleich noch. Ich bin gleich noch ein Hungerstück zum Beispiel. Ich stirbe wieder. Hümmel, ich stirbe wieder. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wo der David ist, weil sonst muss der David wieder ein bisschen schneiden. Ja, also lass das lieber. Oh, ok. Die, diese, diese Kupferblöcke, die wären einfach nütz. Ah, da ist es. Wer ist denn? Ja, sag dann, Witze, warum stirbt denn so ein Deppert Skelettpferd nicht, wenn es unter Wasser ist, oder? Ach so, Skelettpferd. Ach so, ein Skelettpferd. Wenn du mit einem Skelett fährst, kannst du schon unter Wasser reiten. Wo hast du das Skelett? Ja, das ist da drinnen gewesen, wo du mit Retter war, weil ich in die Kiste rein wollte, jetzt mich fast umspieren, weil ich aufgestiegen bin auf das. Du kannst, du kannst das Pferd, du musst Wasseratmung trinken, dann gehst du auf das Skelett Pferd und dann kannst du damit so weit travelen. Alter Wasser, wow. Aber ich geh nicht lang. Und von wem? Vom Elektriker? Nein. Das muss auch mal viel nasser geschnitten werden. Das lassen wir so drinnen. Das hebt der David dann nur mal ein bisschen hervor. Na, weil das weiß ich nicht, wie das geht. Was hab ich denn? Hey, die hol ich über die Folgen rauszuschneiden, Alter. Die können wir gleich mal ein bisschen was von den Nudeln essen, da. Oh. Welche Nudeln sind sie? Ja, das ist Nullnull. Wow, Nudeln. Welche Nudeln? Na, Nulln. Pagetti, Hörnchen. Ähm. Lieber noch was zum Brot? Ah, okay, gut. Passt es aber dann erst, wenn es mit Soße ist? Na. Es ist genau so. Ja, es ist eh mit Soße, alter. Und welche Soße? Ja, das weiß ich nicht. Nudeln. Die Soße ist Nudeln. Hä? Ich hab eine neue Farbe entdeckt. Hä? Ich hab ein Dorf, woher? David Teleportieren. Dux und mir. Warte, komm gleich, komm gleich. Ich muss noch schnell die lila Blume mitnehmen. Komm mal aus dem goldenen Lasser irgendwie Glück kriegen oder sowas. Drei. 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 Was? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall was ich nicht. Wirklich? Oh, jeder, na. Wo ist das, Lars? Drei. Du die Aufnahme? Ja. Oh, Alter. Emil. Du bist so eine... Nein, du eh aus. Oh, jeder. Emil, jetzt wohn bitte. Jawoll. Ah, na, ist doch noch da. Ich wollte mehr. Ja. Das ist sowieso alles rauszuschneiden, dass der K-Funken da vorüber bleibt, dass ich das übersehen hab jetzt. Oh. Nein, die kann ich nicht akzeptieren. D-P-A zum Buh. Bring mich bitte wieder runter. D-P-A. Also, wobei, warte mal kurz. David schick mir mal D-P-A und fragt, passt. Dann hol ihn David auf und Immanuel, du bringst mich runter. Ja, ja, ja. Wieso ist das hier? Wurzul ich die akzeptieren? Mangel, soll ich die akzeptieren? Ja. Oh, ist geflohen. Es ist ein glück 나, war... Es ist ein glückender Wort. Wann droppen die? Nein, nein, ich will mich wieder zu der Höhle runter. Wow, wow, wow. Da war ja gerade noch so ein Farm-Villager, Alter. Ich meine, Noel! Da ist noch einer. Pasch die ihm! Danke. Hast du an David? Nein. Ich muss die Betten mitnehmen. Ich muss die Betten mitnehmen. Oh nein. Ich bin ich. Nein, ich will doch nicht mehr sehen. Oh nein. Oh nein. Florian! Florian! Ja. Das werde ich ausgeschnitten. Höhöhöhöhöh. Das ist noch nicht so. Das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht. Aber, das ist mir so ... Das muss ich nicht mehr behandeln. Du hast doch nicht gehandelt. Ich habe das was. Ich werde nie überwarten. Ich werde ich nicht mehr aufnehmen. Ich kann das wine-Village reden. Das ist nicht mehr so. Ich habe ja das ganze Zeit gesetzt. Ich muss mir aber auch nie zu haben. Ja. Äh, nur. Alter, ganz Oman ist ja auch ein Häuser, was sagst du nix. Das müssen wir schütteln. Und auf den anderen Berg steht das ein Außenposten. Sonst in der Ferne. Ja, das mag man aber nicht. Also war's. Hey, aber es könnt ihr dann einfach ein böses Oman euch holen. Nein, aber darf ich tschüss sagen? Ja. Habt ihr euch schon alle aufgestellt? Ja. Das war ein super Video von Ehre955. Schaut bei seinem Kanal auch mal vorbei. Und bei meinem. Tschüss. Tschüss.